So ist es mehr als Society Music. Moin, moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem App-Kanal auf German HD. Ja, ich bin zurück und wie sich es einige gewünscht haben, dass ich endlich mal wieder ein GTA-Video mache und hier ist es. Allerdings ist das hier nur ein Infovideo für euch. Ich wollte eigentlich jetzt auch noch ein Video darüber machen über das Cunning Stunts Update. Aber da habe ich mir so überlegt, das haben schon tausend andere YouTuber vor mir gemacht in der Zeit, wo ich in Urlaub war. Da habe ich mir das Ganze gespart und lasse es einfach, weil ich glaube nicht, dass ihr noch was sehen wollt, was ihr schon tausendmal bei anderen YouTubern gesehen habt. Deswegen gibt es hier eine andere Info von mir. Und zwar ist das erstens, wollte ich einfach nur Bescheid sagen, dass ich wieder zurück bin und ab sofort wieder GTA-Videos für euch machen werde. Des Weiteren sind ab sofort die Unlock-All-Accounts wieder verfügbar. Das heißt, ihr könnt ab sofort wieder, wie gewohnt, die Unlock-All-Accounts bei mir kaufen. Wenn ihr einen haben wollt für PS3, PS4 oder Xbox One, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail-Adresse. Link, beziehungsweise, äh, Link, das ist kein Link, verdammte Scheiße, fängt das schon wieder gut an, der misst hier. Meine E-Mail-Adresse steht auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Also wenn ihr einen haben wollt, dann einfach eine E-Mail schreiben. Und ich habe gemerkt, dass in den 15 Tagen, wo ich auf Malle war, das ganze 1000 neue Abonnenten dazu gekommen sind. Und euch natürlich auch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich tierisch, dass ihr da seid und mit an Bord seid. Und, ja, wie gesagt, ähm, das Fazit zu dem Cunning Stunts DLC wird von mir erst kommen, nachdem der zweite Part draußen ist. Dann werde ich eine kleine Zusammenfassung machen von dem ersten und dem zweiten Part. Weil ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen mit dem ersten Part beschäftigen, weil, wie gesagt, ich hatte ja leider keine Zeit zu. Und sobald der zweite Part draußen ist, wird dann ein komplettes Fazit von mir, von diesem DLC kommen. Gut, äh, ich werde mit diesem Video auf jeden Fall erstmal durch. Wollte euch das Ganze einfach nur mal, äh, sagen, was jetzt Sache ist. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, dann wisst ihr, wie der Hase läuft. Lasst auf jeden Fall ein Like da dafür, dass ich jetzt endlich wieder GTA-Videos mache. Und dann würde ich sagen, ihr habt es bestimmt vermisst. Bleibt gesund, meine Freunde. Bleibt treu und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.